Hallo zusammen und willkommen Willkommen zu einem neuen Video von mir mit den Star Wars Schiffen von der D-Cast Metal Collectors Edition von Fanhome und D'Agostini. Das nächste Päckchen ist angekommen und da sind wieder zwei Stück drin. Ja und jetzt natürlich nach und nach jeder in einem extra Video. Also hier kamen die jetzt zwei Stück für 22 Euro mit Porto. Die rechnen dann so 10 Euro pro Figur, pro Raumschiff plus 1 Euro Porto sind 22 Euro für zwei Dinger. Also alles noch richtig im grünen Bereich. Und ja, ich habe das Ding natürlich schon aufgemacht, weil ich will ja auch schon mal neigucke. Ich weiß ja, ich kriege ja eine E-Mail mit einer Versandbestätigung. Und da steht auch schon drin, was für Schiffe versendet werden. Also ist es für mich hier kein Mystery, was ich teilweise ein bisschen schade finde. Aber so kann ich mich auch schon mal im Voraus ein bisschen schon mal vorbereiten. So und wir fangen an mit dem dritten Schiff. Und zwar mit dem X-Wing Black One. Dann hier das, wenn wir jetzt gleich ein bisschen anders machen, das machen wir in der Ego-Perspektive und nicht abgefilmt, so wie das letzte Mal, die letzten zwei Mal. Ich denke, das wird dann besser sein. Und hier haben wir das schöne Teil der X-Wing Black One, Poe Dameron's X-Wing. Genau, ja, nee, genau, das machen wir alles in der anderen Perspektive auf. Oder? Oder? Machen wir es jetzt auf. Ah, ich kann mich da gar nicht entscheiden. Soll ich es so machen? Soll ich es so machen? Nee. Wir machen das jetzt auf. Messe! Messe! Ja, nee, wir machen das jetzt auf. Hier, weil da gibt es ja auch nicht viel zu sehen oder sonst was. Und, ähm... Dann gehen wir das Heftchen durch. Und dann... Zeige ich euch. Das dann alles mal im Detail. So, jetzt gucken wir mal. Mensch, das ist jetzt hier so aufpackt. Ich habe unter dem letzten oder vorletzten, hatte ich einen Kommentar gehabt. Entschuldigung, dass ich deinen Namen jetzt nicht weiß. Der hatte wohl auch bestellt. Und bei ihm waren Sachen kaputt. Also auch die Schiffe, war hier was von diesem Ding abgebrochen, hat er gesagt. Und vom T-Fighter wäre auch was abgebrochen gewesen. Also ich habe bisher Glück, hoffe ich. Sieht alles noch ganz aus, aber das ist natürlich Mist, ja. Und wenn man da schon extra so, hey cool, das gefällt mir, ich bestelle das. Und, ähm... Ja, dann kommt so eine Scheiße an. Ja, muss ich so sagen, gell? Ähm, da hat man auch gar keinen Bock mehr weiter zu bestellen. Aber bei mir sieht es noch gut aus. Hier. Paul Dameron. Und dann holen wir... So, jetzt... Ja, jetzt ist es hier. Jetzt muss ich selber hier auch aufpassen. Ja, ja, okay. Okay, 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 das ist, äh... Das will nicht so raus, wie ich möchte. Und aufpassen. So. Ja, wegen, hier. Da merkt man auch, also... Hier haben wir ihn. Auch schön schwer, muss ich sagen. Und, äh... Hier, das da. Seht ihr? Das ist, äh... Da kann ruckzuck was abbrechen. Schön. Aber echt schön, dass da gefällt. Also mir gefallen die wirklich. So. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in eine andere Perspektive. Und dann zeige ich euch das Ganze mal. So, und hier haben wir erst einmal das, ähm... Heft dazu, für den X-Wing, X-Wing Black One. Die Nummero 3. Hier, äh... Steht ein bisschen was drüber, äh... Wie Paul Dameron, äh... Zu diesem X-Wing gekommen ist. Und warum er, ähm... Die ich euch aber auch gleich noch zeigen werde. Hier geht's um Paul Dameron. Ein bisschen. Die Geschichte dahinter, hinter dem Kelche. Und hier auch wieder ein bisschen, ja. Was ist so da dran, an dem Kel. Und hier ein bisschen Resistance, Fighters and Transports, ja. Kriegsschiffe und Transporter. Hoffe ich ja, dass die alle auch kommen werden. Das wär herrlich. Das wär herrlich. Und hier auch noch mal. So, und jetzt gucken wir uns den schönen X-Wing mal in der Detailansicht an. Und hier haben wir den X-Wing T70 Starfighter. Das Modell hat eine Höhe von 9 cm, eine Länge von 15,5 cm und ein Gewicht von 188 Gramm. Commander Poe Dameron gründete die schwarze Staffel für den Widerstand. Poe Dameron behielt das Rufzeichen Black Leader bei, während er unter anderem die roten und blauen Staffeln befehligte. So wurde sein X-Wing T70 als Black One bekannt. Und hier haben wir die technischen Daten des X-Wing T70 Starfighter. Er hat eine Größe von 12,49 x 11,26 m. Und er hat als Bewaffnung vier TAME und Bug KX-12 Laserkanonen, ein Blastech AX-190B Blasterkanone und zwei Krups MG 7A Torpedo Launchers. Und das Schiff hat eine maximale Geschwindigkeit von 1100 Stundenkilometer. Hier haben wir den Hyperantrieb der Klasse 1. Weiter darunter das transparente Stahldach. Weiter hinten die Auspuffdüse. Dann haben wir hier am Flügel den Deflektorschildgenerator. Hier das kleine spitze Ding, die Laserkanonen und weiterhin die Lasergeneratoren. Hier weiter am Flügel haben wir die einziehbaren Blasterkanonen. Und hier am Motor die Zugangslupen zum Motor. Und hier ganz oben drauf die Astromech, der Astromech Druidensockel. Hier unten haben wir das Fahrwerksfach. Dann oben und rundherum die Schale aus Titanlegierung. Hier an den Seiten das Torpedo Startrohr. Und hier unten drunter die Ladeausrüstung für Astromech Druiden. Hier haben wir nochmal das Torpedo Startrohr. Und das Ganze nochmal von hinten. Hier haben wir die Fusionsschubmotoren. Und hier ganz klar die ausfahrbaren Flügel. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Euch hat Poe Dameron's X-Wing gefallen. Und ja, bitte schreibt in die Kommentare, wie hat es euch gefallen. Wie hat euch das Video gefallen. Wie gefallen euch diese Schiffe. Ja, alles in die Kommentare. Und da würde ich sagen, danke, dass ihr dabei wart. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut. Euer Timo. 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 Euer Timo.